Zu den bevorstehenden Wahlen am 25. Mai haben wir ein Interview mit dem Leimner Oberbürgermeister Wolfgang Ernst geführt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Leimen Nussloch Sandhausen Lokal, wir sind hier im Leimner Rathaus bei Oberbürgermeister Ernst und wir wollen uns mit ihm über die anstehenden Wahlen unterhalten am 25. Mai. Herr Oberbürgermeister, Kommunalwahlen, Kreistagswahlen, Europawahlen, ist das eigentlich wichtig im Vergleich zu einer Bundestagswahl? Soll man da hingehen? Aber natürlich, es sind für die Menschen in den Kommunen die wichtigsten Wahlen, wo sie ganz direkt auf ihre Gemeinderäte, auf den Kreistag Einfluss nehmen können. Das tägliche Leben wird ja in den Gemeinden bestimmt, sei es, dass man neue Bauvorhaben für Kindergärten oder Ähnliches angehen muss, sei es um die Festlegung von Grund- und Gewerbesteuer. Das ist auch etwas, was immer die Menschen interessiert. In einer Gemeinde hat man die direkte Ansprache, die direkte Wahl, den direkten Kontakt zu denjenigen, die man wählt. In der Regel kennt man auch viele Kandidatinnen und Kandidaten durch das tägliche Erleben, zumindest in einer Stadt der Größenordnung von Leimen oder auch für die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kreistag. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir heute dieses Interview führen können und ich die Menschen aufrufen darf, bitte gehen Sie am 25. Mai zur Wahl. Geht es denn, dass ich nur an einer Wahl teilnehme und nicht an allen dreien, wenn mir eine Wahl vielleicht nicht so wichtig sein sollte? Das dürfen Sie natürlich. Niemand wird gezwungen zu wählen. Wir haben ja nicht wie in Belgien eine Wahlpflicht. Aber ich kann trotzdem nur dafür aufrufen, beteiligen Sie sich an allen drei Wahlen. Machen Sie für alle drei Wahlen von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Auch die Europawahl, das Europaparlament wird ja immer wichtiger. Es geht ja nicht darum, dass man die Krümmung der Salatgurke festlegt durch eine Europawahl, aber es geht darum, dass man Vertreter in das Europäische Parlament wählt, die ihre Verantwortung für die Menschen wahrnehmen. Sei es in der Wirtschaftskrise, sei es im Festlegen von ganz konkreten Entscheidungen, die auf die Menschen in den Ländern der Europäischen Union Einfluss haben. Bitte gehen Sie für alle drei Wahlen zur Wahl. Die Europawahl geht ja relativ geradeaus, also so wie man das von Bundestagswahlen auch gewohnt ist, während die Kommunalwahlen, also die Kreistagswahl und die Wahl zum Stadtrat deutlich komplizierter sind. Hier habe ich ja mehr als eine Stimme. Wie viele Stimmen, wenn wir hier unten anfangen, also in der Kommune, in der Stadt, wie viele Stimmen hat man und wie kann man die abgeben? Wir haben in unserem Stadtrat, hier ist der Stimmzettel, 26 Stimmen. Unser Stadtrat wird sich in der nächsten Legislaturperiode aus 26 Persönlichkeiten zusammensetzen. Bisher waren es 32, aber jetzt gehen wir in der kommenden Legislaturperiode auf 26. Damen und Herren, die im Gemeinderat sitzen und Entscheidungen für die Stadt Leimann treffen werden. Und so haben sie dann auch 26 Stimmen, die sie an diesem Wahlsonntag vergeben können. Jetzt habe ich hier einen riesen Wahlzettel. Wie vergebe ich da 26 Stimmen? Angenommen, ich will die Partei da in der Mitte haben. Wie mache ich das dann? Ich sage jetzt nicht die Partei in der Mitte. Ich muss es parteipolitisch neutral ausdrücken. Sie wollen sich für eine der fünf Listen entscheiden. Wir haben fünf Listen, einmal die CDU, dann die SPD, dann die FDP, die Grün-Alternative-Liste und die Freien Wähler. Sie haben 26 Stimmen und sie entscheiden sich als erstes Beispiel für eine Partei. Sie wollen ihre 26 Stimmen einer Partei ausschließlich zukommen lassen. Dann können sie diesen Stimmzettel einfach hier auftrennen. Dann haben sie hier eine Liste oder hier oder hier oder hier. Und wenn sie diesen Stimmzettel, diesen Listenzettel dann unverändert abgeben, in einen Umflag stecken und in die Wahlurne werfen, dann bekommt jeder Kandidat, jede Kandidatin von 1 bis 26 auf dieser Liste eine Stimme. Aber dann darf ich nur eine von diesen Zetteln abgeben. Jawohl. Wenn Sie zwei dieser Listen abgeben, dann müssen Sie auf diesen Listen, weil es sind ja dann 2 mal 26, dann müssen Sie Ihre Stimmen aufteilen. Dann können Sie die einzelnen Herrschaften, die Sie wählen wollen, ankreuzen. Dann bekommt jeder eine Stimme. Oder Sie können sogar zwei oder drei Stimmen einer Person geben. Dann müssen Sie eine 2 oder eine 3 in das Kästchen hinter diesen Namen schreiben. Und dann wird addiert und Sie müssen aufpassen, bitte nur 26 Stimmen vergeben. Sie müssen also bis 26 zählen, um aufzupassen, nicht mehr als 26 Stimmen zu vergeben. Sonst wäre der ganze Wahlvorgang leider ungültig. Also, das haben Sie sehr anschaulich erklärt. Was davon ist denn jetzt das Kumulieren? Das, was ich eben gerade sagte, dass man einer Person bis zu drei Stimmen geben kann, das ist das Kumulieren. Kumulieren heißt hinzufügen, häufeln. Man häufelt auf eine Persönlichkeit bis zu drei Stimmen. Und das Panaschieren, was ist dann das? Das Panaschieren heißt, Sie können von einer Liste einen Namen übertragen, damit, wenn Sie jetzt hier einen Zettel nur abgeben würden, aber Sie wollen von einer anderen Liste eine Person auch noch gewählt haben, dann schreiben Sie den Namen hier unten drunter und geben ihr auch eine Stimme mit einem Kreuz oder zwei oder drei Stimmen, indem Sie die zwei oder drei hinzufügen als Ihre Stimmenhäufelung. Panaschieren heißt, man kann die Namen der Personen auf verschiedene Listen übertragen. Ist es auch möglich, dass ich den ganzen Zettel abgebe und dann mir die Personen raussuche, die mir besonders sympathisch sind, die ich für besonders klug halte? Natürlich, das geht auch. Aber immer nur aufpassen, maximal 26 Stimmen. Das ist sehr wichtig, weil wir hatten in der Vergangenheit auch schon immer im Eifer, Menschen wählen zu wollen, die man kennt, dass Wählerinnen oder Wähler mehr als ihnen zustimmenden Stimmen vergeben haben. Und dann war der ganze Wahlvorgang natürlich ungültig, weil wenn man auszählt, kann man ja nicht als Auszähler, als Stadtleimen entscheiden, wer kriegt die Stimmen und wer kriegt sie nicht, damit man nur auf das Maximum kommt. Wichtig ist, 26 Stimmen und keine mehr. Also das Kumulieren bedeutet, ich kann einem Kandidaten oder einer Kandidatin eine, zwei oder drei Stimmen geben. Jawohl. 26 Stimmen habe ich, also könnte ich acht, dreimal acht ist 24, acht Kandidaten zum Beispiel drei Stimmen geben. Jawohl. Und dann haben Sie immer noch zwei übrig. Wenn ich die nicht abgebe? Dann ist die Wahl trotzdem gültig. Niemand zwingt Sie, 26 Stimmen abzugeben, aber ich bitte inständig darum, machen Sie von Ihrem Wahlrecht voll und inhaltlich kompetent. Insgesamt Gebrauch vergeben Sie alle 26 Stimmen. Die Damen und Herren, die in den Gemeinderat einziehen werden, die haben es dann auch verdient, möglichst hohe Stimmenzahlen zu bekommen. Ein interessanter Aspekt an dieser Stelle ist natürlich, wenn ich eine Partei mit meinen Stimmen versehen will, aber einen Kandidaten dieser Partei besonders bevorzugen möchte und der soll drei Stimmen kriege. Und ich trage dann bei diesem Kandidaten irgendwo drei ein, gebe aber nur einen Zettel ab. Was ist dann die Regel? Ja, natürlich. Sie stellen mir vor, Sie geben nur einen dieser Listenzettel ab und schreiben bei einer Person eine drei dahinter. Dann hat diese Person drei Stimmen bekommen, aber wir wissen ja dann nicht, wer die anderen 23 bekommen soll und deswegen haben Sie dann nur mit drei Stimmen eine Person gewählt und die anderen 23 Stimmen sind nicht ausgeübt worden. Also beim Kumulieren als auch beim Panaschieren immer darauf achten, dass es genau 26 Stimmen sind, die abgegeben wurden. Wie sieht es? Der Einfachheit halber haben wir auch hier unten ein kleines Kästchen, da steht Kontrollsumme. Da kann man, wenn man dann addiert, hier zusammenzählen, wie viele Stimmen habe ich vergeben, dann kann man hier in der Quersumme erkennen, sind es 26. Das geht dann ja schon fast in den Bereich höhere Mathematik. Gehen wir mal eine Stufe einfacher. Bei den Kreistagswahlen haben wir nicht so viele Stimmen, sondern, Herr Oberbürgermeister? Da hat unser Wahlkreis vier Sitze zu vergeben. In den letzten Wahlen war dann immer ein Überhangmandat dabei, aber da ist vier Sitze für unseren Wahlkreis Leimen sind, hat man vier Stimmen. Und da geht es im Prinzip auch so, man hat hier die Listen der einzelnen Parteien und kann entweder eine Liste unverändert abgeben, dann bekommen die ersten vier auf dieser Liste jeweils eine Stimme oder man kreuzt eben verschiedene Personen an und dann hat man hier bei jeder Person auch eine Stimme. Man hat bei der Kreistagswahl vier Stimmen zu vergeben, aber ansonsten ist es genauso wie bei der Wahl zum Gemeindetag. Also auch mit kumulieren und panaschieren. Ich kann also auch bei der Kreistagswahl einer Person bis zu drei Stimmen geben. Dann ist die Mathematik auch einfacher, weil dann bleibt ja nur noch eine Stimme übrig. Ja, ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Dann hoffen wir, dass möglichst viele Bürger mitmachen und die Kommunalpolitiker mit ausreichenden Voten ausstatten, dass diese mit dem nötigen Rückhalt aus der Bevölkerung in die nächste Legislaturperiode gehen können. Vielen Dank, Herr Ernst. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Wahl und eine hohe Wahlbeteiligung. Bitte gehen Sie am 25. Mai zur Wahl. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.